Herzlich Willkommen zurück in Mittelerde. Wir befinden uns noch hier auf diesem Türmchen, wo wir gerade so ein Vogelchen weggeballert haben um diese komischen Tiere, die wir umbringen sollen. Was haben wir denn hier? Blutrache. Rechne den Tod von Rettungstackel 81, in dem du Krimpfelsenbrecher tötest. Alles klar. Das machen wir doch sehr gerne. Ob es wohl sein? Auf, vergiss es. Ich hätte gerne ein paar Pfeile. Ich kippe gerade so ein. Die Menschen bei den Urkür sind die Fausten gleich, meine ich. So, du bist hier oben. Oh ne, hier oben geht die Mission los. Für die Rache. Ah ne. Nehmen wir ihn jetzt hier mit einer Schleichtötung. Kein Urk verdient es so lange, auf die Folter gespannt zu werden. Hm, aber wo ist er? Hey. Was war das für ein Geräusch? Nenne ich mal den Pups. Hallo? Nimmst du die Freie Nummer? Ach so, hab ich. So. Wo ist denn bitte unser Gegner? Wir hatten Glück, dass wir den letzten Kampf gewonnen haben. Herr Hauptmann würde selbst gute Strategie nicht erkennen, wenn sie ihm auf der Stirn stößen. Ja. Muss er hier irgendwo zu finden sein. Ach, da hinten. Kann durch Schleichtstöne sofort getötet werden. Furcht vor alles. Okay, dich kriegen wir. Okay. Okay. Der dunkle Herrscher wird mehr Hausmänner brauchen, wenn er zurückkehren. Und ich will einer davon sein. So, schon hier flitzi flitzi. Geh hoch. Mit Oktrak habe ich kein Mitleid. Er hat den Tod verdient. Er schiebt ihm recht, wenn er sein Schwert nicht schneller ziehen kann. Er hätte die Schuhe drauf sehen und mich verloren. So, halt. Konzentriere dich auf die Arbeit. Oder ich werfe dich zu den Karagor. Du wirst niemanden irgendwo hinwerfen. Echt einmal um diesen blöden Baumstamm rumsprinten. Er kommt stets wieder zurück, wenn er stimmt. Umso mehr Gelegenheiten bleiben mir, ihm meine Klinge in die Brust zu rammt. So. Ich habe jetzt meine Klinge in die Brust gerammt, Kumpel. Das hast du davon, wenn ich mir beim Freunden anlegst. Was hast du denn Scheiben? Schönes für mich. Dankeschön. So. Da haben wir noch ein Artefakt zu mitnehmen. Das lassen wir natürlich nicht zurück. Und eine Schwertmission haben wir hier noch. So. Eine Botschaft. Natürlich ist es immer auf der Rückseite. Mein liebster Hürger, ich verstecke mich außerhalb des Lagers und bete, dass sie mich nicht entdecken. Sie versklaven jeden, den sie finden. Wenn du doch nur hier wärst. Aber ich weiß, dass du die Uruks bekämpfen musst. Sonst hat niemand von uns eine Chance, hier frei zu sein. Ich fürchte, ich werde dich niemals wiedersehen. Ich weiß nicht, wie lange ich überleben kann, wenn sie mich finden. Deine dich liebende Ehefrau, Aaron. Der winzige Kreatur da draußen versteckt sich bestimmt... Karak Angrem, die Isenwände, hielten ihre Gefangenen in einem eisernen Greff. Der dunkle Herrscher, ganz gleich in welcher Gestalt, strebt nach Herrschaft. Blutwache, jetzt verfügt er. Wir wollten gucken, wo die Schwertmission hier ist. Da hinten. Ich vielleicht. Hüpp, hüpp, hüpp. Ach, Quatsch. Ich bin echt angst vor mir. Das ist unglaublich. Aber bis trotzdem noch nie gestorben und wiedergekommen. Brauche ich mir mein Gesicht erst mal gegen das Mikro? Ups. Ja, ist richtig. So, Nummer 1. Ich treffe es hier schon 100 erreichen. Nein. Nichts alle auf einmal. Oh, guck mich so blöd. Stört einfach. Ich bin ja nicht weg. Nein. Ich glaube, die 100er-Kombikette machen wir nicht mehr. Nein. Ich bin ja nicht weg. Oh, guck mich so blöd. Ich bin ja nicht weg. Ich bin ja nicht weg. Ich bin der Nächste. Ich bin der Nächste. Ich bin der Nächste. du bist nichts ohne kopf und wieder einer weniger echt? ich bin irgendwo überflüssig? du aber auch, sehe ich zumindest so so, was ist der nächste? und wieder einer weniger helft haben wir gleich oh, einfach nicht locker lassen ah, meine schlagserie wurde unterbrochen scheiße, die kann ich nicht mitbekommen ich weiß gar nicht, wo wir waren waren wir 70, 80, irgend sowas wir haben das einfach das ganze nochmal zack dann wieder weg pure gewalt hier pure gewalt ja das ist mir auch bei den blöden auch scheiße auch bei den blöden, was sie anwenden mit netten und fragen, ob sie vielleicht mal ein bisschen runterkommen würden kommen wir nicht weit jetzt ist grad irgendwie ein bisschen der flow raus das ist noch nicht weg hier nein 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 fach mach ich aber gerade jawohl 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 aber gerade so ja flüchtet 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 orks ich wollte gar nicht runterkommen ok nächste mission für unser schwert geschafft wann wird sein legendär mir fehlt noch uns ein turm und so anscheinend auch, oder? genau in der beide gebiete drin der turm ok ganz kurz es gibt ja bestimmt hier irgendwie so eine verbessertes fortschrittsgedehnt artefakte natur überlieferungen vision ein führung es gab doch irgendwo auch so ein spiel fortschritt, oder? nee hat uns auch unser main mir war so so hauen wir ihn mal ab ist irgendwie eine blümchen in der nähe? ja da vorne an der ecke natürlich auf den steinen weitläufer vom leuchtfeuer ich hab mich verspürt da spiel mit den leuten ich steig erstmal den turm hier das gunden der trollkühne so da ist der geschalt und hoch auf den schmiedeturm aktivieren der turm aus elbensteinen gebaut er leuchtet er leuchtet als wäre er aus licht errichtet ja er leuchtet wirklich so krass ist ich zerstöre dich ich zerstöre dich mit dir wollte ich zwar jetzt nichts zu tun haben aber wenn du dich zeigst selber mich bekämpfen willst du? mich? dann kämpf! wo kämpfen wir? so das wäre nummer eins so Nummer 2 sind wir schon wieder vergessen? keine informationen fehlt keine informationen fehlt ja der Feuer hat echt geheil gehört blöde sau blöde sau alter ich hoffe die ständig zu heilen du gehörst mir du gehörst mir sei endlich still man gut dann kriege ich ja keine informationen von dir dafür bist du tot du wolltest es ja so frische Waffen frische Opfer frische Tote hierbei du willst jetzt meiner sein? ja du willst jetzt meiner sein? du willst jetzt meiner sein? guten Appetit! gib mir das! gib mir was! haha will das Artefakt! oh wieder so ein Foliant lesefibel ja ist ja süß sprich es ruhig aus sprich es ruhig aus Fianur 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 warum zwingst du mich dazu Hirgon? daran bist nur du allein schuld du hast mich angefleht dir die Wörter an meinen Büchern beizubringen das bereue ich jetzt welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? hier sieh dir das an eine Nachricht für dich meine liebste sei mein leib versuch es noch einmal kai oder wein wein ja Hirgon ich bin dein ja mit diesem romantischen Pfund verabschieden wir uns ich mich erstmal aus wir gaben den Ausgestoßenen die Möglichkeit Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt können wir Zeit für Mittelerde gewinnen verabschiede ich mich aus dieser Episode und dann töten wir hier gleich mal ein bisschen weiter also bis dahin wünsche ich alles Gute und hoffentlich sehen wir uns morgen wieder bis dahin ciao ciao